Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren wunderschönen Samstagabend mit meinen wöchentlichen technischen Problemen. Da bin ich jetzt 10 Minuten circa zu spät. Aber auf jeden Fall, jetzt da ihr da seid, da wir Risen wieder spielen dürfen und mit meiner Wenigkeit kann das nur ein wunderbarer Abend werden, zu meiner Linken selbstverständlich wieder mein Wölfchen, der mir da mit allen technischen Sachen unterstützen wird wieder, auch was Chat und so betrifft. Und das Allerschönste ist, wir haben einen Plan, was wir als nächstes tun dürfen. Yeah. Und zwar zum Inquisitor Hatschen. Nein, wir hatschen nicht, wir porten uns, ganz recht. Denn, ja, ich weiß, ich habe mich schon wieder verdrückt. Denn wir haben einen Auftrag bekommen von unserem lieben Don. Jetzt muss ich nur mal, so, Vulkanfestung, wo ist er denn? Hallo? 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 Da. Denn wir haben einen Auftrag bekommen, wir dürfen ihn jetzt zu einem Handel bewegen. Einem Handel, zu dem er nicht Nein sagen kann. Er wird den Forderungen des Don nachkommen müssen, wenn er die Kristallscheiben haben will. Ja, sag einmal, was bebt denn da? Ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Atme, atme, will nicht mehr atmen. Und warum sind hier so viele Ordenskrieger? Ich traue mich da mit ihm nicht reden, dass die mich zusammenschlagen. Äh, servus. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Äh, wir Banditen haben jetzt alle Scheiben. Wir Banditen haben jetzt alle Scheiben. Was soll das heißen? Willst du mich verhöhnen? Don Esteban will neue Bedingungen aushandeln. Ich habe schon geahnt, dass sowas passiert. So leicht wird man hintergangen, wenn man sich mit Verbrechern einlässt. Also sprich schon. Was will der Don? Er fordert den Abzug aller Ordenskrieger aus der Hafenstadt. Also schön, Börschchen. Der Don soll seine Hafenstadt haben. Doch zuvor werden wir gemeinsam dieses Tor öffnen. Nein. Und das Geheimnis dieses Tempels offenbaren. Ich will nicht. Erst wenn ich gefunden habe, weswegen ich hier bin, werde ich weiter über weltliche Dinge verhandeln. Wenn wir dem Bösen nicht bald Einhalt gebieten, ist alles verloren. Auch die geliebte Hafenstadt deines Erden. Also bring mir endlich diese verdammten Scheiben und lass es uns beenden. Okay. Hier sind alle fünf. Hier sind sie. Alle fünf Scheiben. Ah. Yeah. Darauf habe ich nur gewartet. Ich nicht. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Sobald du bereit bist, legen wir los. Ich brauche Urlaub. Eldrick wurde von Echsen gefangen. Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschen. Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschen. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereicheln. Tja, ähm, dann hoffen wir es mal, dass du das hinkriegst. Jedenfalls, ich bin bereit. Lass uns das Portal öffnen. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Yay. Yay. Ich will nicht. Das ist mir zu unheimlich. Der Moment ist gekommen. Ja. Ja. Mau. 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 Ja. Ja. Wie viele sind das? Zwei, vier, sechse, achter? Schön. Und das sind noch obendrein Krieger. Was? Haben wir schon Scham bekommen? Gleich. Jetzt, ja. Halt, 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 halt. Vielleicht haben wir Glück, wir kriegen überhaupt irgendwelche Erfahrungspunkte. Jawohl. Einmal 12,50. Irgendwer ist da abgenippelt. Das ist nicht schön. Ich sollte mal was trinken. Zack. Es war so klar, das erinnert mich gerade wieder voll an Gothic. Und zwar, als wir damals in der alten Mine, ups, in der alten Mine, ähm, dort ein... Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Wie anderen Viecher machen wir auch noch Platz, das Vieh wird uns keine Probleme mehr machen. Ähm, ähm, das wollte ich sagen. Jedenfalls damals halt, ne? Skelettbeschweren und Goldmünzen. Da haben wir eben... Ja, ich lud da mal, ne? Ähm, da haben wir eben so'n, 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 so'n... Auch so'n Tor geöffnet und da kamen haufenweise Minecrawlers uns entgegengestürmt. Äh, das ist sowas ähnliches. Nur, dass es eben, äh, Echsenmenschen sind. Und, äh, ja. Was nun, großer Häuptling? Was war das? Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Echsen? Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hat er doch erzählt? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Inseln entscheiden. Er hat einen Vogel. Kapitel 3. Der Temper. Ich bin bereit. Äh, ich muss noch was erledigen. Ja, wir sind bereit. Ich bin bereit. Gut. Mir nach. Ich bin beurlaubt. Habe ich das vergessen zu erwähnen? Ganz offiziell. Ab jetzt. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Lala. Haben wir da? Nein, da ist noch ein Echsen-Schwert. Da ist noch ein Echsen-Mensch. Da ist noch einer. Da ist noch ein Kradler. Da ist noch ein Schwertelein. Ich glaube, das ist sogar ein schwarzes Obsidian-Schwert. Ob wir sowas führen können? Was liegt da? Noch so ein Echsen-Schwert. Gluck, gluck, gluck. Glupsch mal mal. Kann das Schwert was? Wärst du ein Einhänder? Nein. 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 Nope. Ist er nicht. Die sind schon mal vorangestürmt. Da scheinen sich schon alle umgehauen. Und wir kriegen wieder keine Erfahrungspunkte. Ist eh nichts Neues. Alter Schwere. Finsteres Drecksloch. Streng riechen tut sie auch. Nach Handtaschen. Nach frischen Handtaschen. Und nach Lederschuhen. Freilich kämpfen sie schon wieder. Und das ohne uns? So. So. Züge mal deine Waffe. Vielleicht kriegen wir ja noch was ab. Wenigstens ein, zwei, fünf, drei, vier, 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 vier. Was sind das für grausliche Raupen? Ja. 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 Der erste ist weg. Jawohl. Jawohl. Den haben wir auch geschafft. Da ist noch einer. Ja. Komm. Jawohl. Wup 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 wup. Level aufgestiegen. Supi. Zack. Ja. Au au au. Na komm. Na gescheißen, Dreck. Aber wenigstens ein Bar haben wir bekommen. Was ist denn das für ein ekelhafter Wurm? Brontog. 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 Du. Siehst du das Tor? Was ist damit? Wir müssen es öffnen. Schnell. Nein. Hast du nicht gesehen, was da schon los ist? Was ist das hier? Hast du einen Plan? Ja. Was ist das hier? Was ist das hier? Eine uralte Festung, würde ich sagen. Ja. Großartig. Vermutlich von den Echsen, die uns schon am Portal begegnet sind. Aber sie wird uns nicht aufhalten. No. Natürlich nicht. Hast du einen Plan? Hast du einen Plan? Wenn man ein Tor schließen kann, kann man es auch öffnen. Ich werde Kundschaft da aussenden. Sie müssen den Mechanismus finden. Ich vermute, es gibt mehr als einen. Also haltet die Augen auf. Du wirst gehen. Sieh du dich im Norden um. Ist klar, dass wir natürlich in die Scheiße gehen dürfen. Ist doch klar. Sicher. Wir sind ja kein Inquisitor. Nein. Nein. Sind wir nicht. Der da Nasen bohren kann. Oder irgendwas herumrollen kann da an der Wand. Das war so klar. Das war so klar hier. Ich gehe mal speichern. Da. Erste Amtshandlung heute. Speichern. So. Finsteres Loch. Wirklich. Kann man das anders beschreiben. Norden. Da lang? Oder? Die sind auch ziemlich fertig. Wo ist denn bei dir Norden, Schnucki? Bis dann. Was? Ja. Bis dann. Ich habe keine Ahnung. Ob das hier in... Servus. Hast du mal ein Stängelkraut? Das ist zu riskant. Ja. Ist klar. Nichts dann. Ash Ketchup. Wie geht's dir? Puh. Die Mauern sehen ganz schön dick aus. Ich hoffe, wir finden einen Weg hinein. Ja. Hinein sicher. Hinauswärme lieber. Ich habe ein mieses Gefühl. Das wird schon. Wollen wir es hoffen? Ich habe keine Ahnung, wo Norden ist. Ich denke mal hier. Äh. Wir brauchen eine Fackel. Äh. So. Entschuldigung. Falsche Taste. Wir brauchen eine Fackel. Eine Fackel. Die ist lustig. Eine Fackel. Die bringt schön. La 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 la. Ich will nach Hause gehen. Äh. Was? Dreimal. Zack. 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 Super. Schön getroffen. Zack. Zack. Na komm her. Bam. 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 Ja. Ist ja gut. So. Aufs Goschen. Oh. Fast hin. Geht sie es aus? Bis hin? No. Da muss ja blocken. Ja. Ja. Da muss noch mal blocken. Das ist jetzt nicht so einfach. Jetzt habe ich die andere glaube ich erwischt. Jawohl. Die ist hin. Würdest du abnippeln? Das hätte es fast mir gegolten. Ach. Ja. Au. Blödes Ungeziefer. Aua. Blödes Ungezieferlein. La la la. Ich habe nie mein Insektensplay dabei. Da muss es ihm die Insektenklatsche in Form eines Schwertes tun. Äh. Schwert. 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 So. Sauber. Ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist da rein zu gehen. Doch doch. Mach nur. Geh nur. Geh nur hinein. In das finstere Loch. Was haben wir da Schönes? Ein. Einen Pilz. Ein Pilzlein. Äh. Na. Nicht runter. Rauf. So ist es gehen. Horuck. Rauf. Brav bist du. Nochmal rauf. Nochmal rauf. Ich habe immer wieder das Gefühl mir wird ja gleich wieder so ein ekelhafter Ghoul anhüpfen. Momentan sind es nur Lautilus. Lautilus. Bis ist sie hin. Bis ist sie hin. So. So. Fackele. Wir fackeln nicht lange rum. Äh. Äh. Ist da vielleicht. Brauchen wir da einen Nautilus Zauber. Eventuell. Dann tun wir ihn nochmal speichern. Für den Fall dass ich die verbraten tue. So. Verwandlung in eine Nautilus. Ja. Haben wir genügend. Zauber haben wir genügend. Bäm. Ich bin mal immer wieder. Gutsch 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 gutsch. Das passt schon so. La 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 la. La 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 la. La 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 la. gut sind wir richtig ich hoffe wir sind hier richtig und ein schwarzes loch sehen tut mir nicht gut was haben wir denn überhaupt an Schutz vor feuer und klingen da hatten wir schon was mit eis nicht wahr schutz vor eis wer bietet mehr schutz vor eis lebensenergie belassen wir mana lebensenergie kampf wo ist es ein axt akrobatik bogen hier schutz vor eis magie und feuer was einzelnes haben wir etwas stärker werden dann müssen wir mit dem vorlieb nehmen selbstverständlich wir haben fast keine tränke ich bin ein idiot ich habe vergessen tränke zu basteln kommt mir auch immer alles erst zu spät in den sinn na gut naja jetzt ist auch schon zu spät kann ich irgendwas nützliches noch ich würde sagen den licht zauber können wir verwenden so und dann hoffen wir das beste guck guck da ist einer zwei kommen alle beide war bist du schnell zack dreimal au 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 oih aber wir kriegen fast kein damage mehr von den sonst wären wir schon hin gewesen wie schön die rüstung ist echt praktisch Sag. Nochmal. Jawohl. Haha, nichts erwischt. Du Mistviech. So. Das lief gut. Boah, die Rüstung macht sich bezahlt. Super. Die behalten wir. So, brav. Schön getrunken. Das ist gut. Und hier sicher wieder eine komische Fallgrube, oder? So, wohin eigentlich? Okay, da geht's nicht lang. Da gibt's genauer gesagt gar nichts. Aber hier gibt's zwei Möglichkeiten. Ich würde sagen... Haha. Ich speichere das wieder. Das läuft echt gut. Ich bin wirklich positiv überrascht. Kradler. Batsch. Zack, zack, zack. Wo ist der zweite? Ich weiß, es gibt einen zweiten. So. Zack, zack, zack. Oha. Alter. Du Mistviech. Au. Ja, sicher. Eis. Jawohl. Wie so ein kleines Kätzchen. Das läuft gut. Das läuft sehr gut. Da freut sich die Zocki. Da freut sie sich. Hallo. Ist hier jemand? Ich bringe Licht ins Dunkel. Ja. Okay, da müssen wir hoch. Ah, ich hab... Ui. Freund oder Feind? Niemand ist hier. Das ist mir momentan gar nicht mal so unlieb. Ui. Was haben wir da? Gar nix. Tote Hose. Können wir eigentlich wieder speichern? Ich hoffe, ich bin da einigermaßen richtig. Fortsetzen. Falle, 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 Falle. Wo sind wir da? Ah, da. Na, super. Das hab ich wieder so sauber hinbekommen. Das hab ich grad sauber hinbekommen. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Oh, ruck. Nochmal rauf. Bäh. Kack, Fallgrube. Ich falle nochmal rein. Wirst du sehen? Ich falle nochmal rein. Ich kenn nichts. Was? Das Licht ist aus. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. La bimla bammla bumm. Bumm. Siehste? Halt dich fest. Halt dich fest. Ach, du bist ein Trottel. Jetzt hab ich echt gehofft, dass ich festhalten kann. Ich wusste, ich falle nochmal rein. So. Aber alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Man kann doch drüber hüpfen, oder? Es müsste doch gehen, dass ich da drüber hüpfen kann. Da ist sie. Tschüss. Jawohl. Hier haben wir wunderschöne Echsenmenschen. Ganz wunderschöne und gleich in Zweierpack. Was ich gar nicht toll... Au. Kackviech. Einmal getroffen. Vier. Fünf. Boah. Ich lass mich, glaube ich, wieder runterfallen. Tschüss. Tschüss. Ich trinke mal was. Boah, ist der stark. Was ist denn die Sau so stark? Ich sollte mich vielleicht wieder umrüsten. Das wird das Rätsellösung sein. Ich tue mich einfach wieder umrüsten. Die blöde Fackel ist natürlich auch wieder weg. Warte mal ganz kurz. Ja. Die krummeln schon. Umrüsten. Ist gescheiter. Ist viel gescheiter. Stichwaffen. Klingenwaffen eigentlich. Dann... Eis kommt weg. Und stattdessen... Stärke brauchen wir nicht. Lebensenergie. Ja, auch nicht schlecht. Hieb- und Klingenwaffen. Ja. Nehmen wir die. So. Hallo. Da bin ich wieder. Na? Feigling? Komm her. Scheiße. Ja. Wie mache ich das jetzt am schlauesten? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich rüberhüpfche, bin ich wahrscheinlich des Todes. Mami, hilf. Tag. Ja, ja. Du Kradler. Komm her. Jawohl. Gar nicht mal schlecht. Zweimal. Zweimal. Okay. Der variiert gar nicht mal so schlecht. Jo, jo. Ist schon gut. Regt die ab. Die ist schon wieder genommen. Jo, jo. Na, jo. Ist schon gut. Ist schon gut. Ist schon gut. Tschak. Tschak. Tschak, tschak. Na komm. Au. Au. Ich müsste mal... Ich müsste mal... Au. Ich müsste mal im Kreis laufen. Ich müsste mal was trinken. Trink mal was, Schnucki. Ja, das sage ich auch. Ich komme da auch zum Schnaufen. Au. Gut, rot. Au. Was machst du denn? Boah, langsam. Der ist halt auch bärenstark, ne? Puh. Ja, ja. Ist schon gut. Au. Drei. Ja, ja. Viermal. Jawohl. Der ist mal weg. Puh. Puh, der Deichsel. Jawohl. Ich müsste ihn wieder mal weglaufen und nochmal trinken. Der ist echt schwer. Au. Kratler, du Schircher. Komm her. Jawohl. Zweimal getroffen. Boah, der ist echt zäh. Zack. Jawohl. Einmal getroffen. Er ist dafür ein bisschen langsam, ne? Aber dafür nicht, wenn er mich trifft, dann ist es halt... Boah, dann brennt es halt mal, ne? Boah, du Scheißkerl. Au. Jawohl. Zweimal. Zweimal getroffen. Wir auch. Zweimal getroffen. Dreimal getroffen. Langsam. Jawohl. Und umgehauen, die Drecksau. Boah. Schön. So muss das ausschauen. Krasses Pferd. So. Hui. Äh, richtig speichern. Das haben wir uns wieder verdient. Das war brav. Das war gut. Das war schön. Schön und gut. Ist da wieder eine Falle? Ich mag keine Fallen. Sie ist da eine Falle. Kann man da? Gibt es hier irgendwo vielleicht einen Schalter? Da ist wieder so eine Kackfalle. Ich sehe es doch. Da ist was. Oder? Machen. Tun. Drücken. Machen. Hat er keinen Bock. Gibt es da noch mehr? Da? Nein, da ist gar nichts. Da fällt mir gerade ein Zauber ein. Ein Zauberlein. Illusion. Lichtzauber. Berserker. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. Ja, das war's. Das Lama gleich nochmal. Bitte keinen Back. Bitte keinen Back. Sei ein Liebesspiel. Ja, schaut gut aus. Zaubersparen, weißt du? Deshalb mache ich das. Zaubersparen. Das gibt es ja nicht. Irgendwann muss doch so ein Kackschalter sein. Weih. Fakkel ist weg. Da, 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 da kriege ich sicher aufs Maul. Jo. Sag ich ja. Das kann ich schon vergessen. Dass da aber überhaupt kein Schalter ist. Das war auch ein bisschen schwach, oder? Schmollmund. Das soll echt... Das ist... Aber der da, ne? Der ist schon verdächtig. Hallo? Willst du machen? Die Nase juckt. Entschuldigung. Nope. Das ist ein Blinder. Ein Blindfisch. Hm. Dann... Ich hab keine Ahnung. Ich habe wieder mal keine Ahnung. Ich hätte echt gedacht, dass das hier ein Schalter wäre, ein ganz normaler zum Aktivieren für Falleentschärfen. Nichts da. Es gibt da kein Falleentschärfen. Vielleicht kann man dann von der anderen Seite... Oh, warte. Hier vielleicht. Bist du so ein Schalter? Warte. Vielleicht ist hier irgendwo einer. Du vielleicht? Du vielleicht? Hallo? Schalter? 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 Alter Walter! Wo ist der Schalter? Hm. Auf jeden Fall nicht da. Von da stimmt gar keiner. Das ist jetzt aber echt schade. Ich hab echt gedacht, das geht so. Da hab ich mich wohl geirrt. Wollte ich grad sagen. Und ich fall schon wieder runter. Aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Vielleicht gibt es hier auch ein paar Schalter-Möglichkeiten, die ich eventuell übersehen habe. Da. Und du bewegst jetzt was? Freund. Wahrscheinlich ist es jetzt eh schon, dass die Falle entschärft ist. Kann man nochmal raufhatschen. Nochmal rauf da. Ah. Pfü. So. Ruck. Nochmal. Ah, alle hopp. Jawohl. Da, ra, ra, ba-bam. Da, 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 ba-bam. So. Mit. Mit. Mit Anlauf. Hoi, reka. So. Mal schauen. Vorsichtig. Bist du entschärft, du Glumpart? Nein. Wofür war jetzt der Schalter gut? Der Schalter führt zum Schalter, damit wir den Schalter nichtlöckern haben. Für den Schalter benutzen können oder was? Jetzt vielleicht ein zweiter Schalter. Geistes Käse. Das ist gerade echt Käse. Für was war... Für was... War dann der? Für einen Geheimgang? Da war doch auch einer irgendwo, oder? Nein. Hier? Da? Nein. Wofür war jetzt der untere Schalter gut? Ich glaube, ich muss nochmal runterschauen. Das ist jetzt echt doof. Und schon wieder hänge ich da irgendwo. Das ist immer dasselbe mit mir. Unglaublich. Dasselbe, dasselbe, es ist immer gleich. Tralalala, tralalala, dasselbe, dasselbe, es ist immer gleich, dass sowas überhaupt gibt. Ring. Ring. Ja. Und wofür? Wofür bist du? Du, du komisches Ding. Ich hätte echt gedacht, dass der für oben dann wäre, ne? Aber schaut nicht wirklich danach aus. Mist. Das ist jetzt aber schon leicht ärgerlich. Das ist ziemlich leicht ärgerlich. Gut, ich stecke da jetzt wieder mal fest. Ich glaube, ich probiere den anderen Gang. Aber das wird wahrscheinlich, das wird ein Blödsinn sein, was ich da gerade zusammen rede, weil wir müssen das ja sowieso machen. Bitte, wieso klappt denn das nicht? Ich bin überfragt. Irgendwas übersehe ich schon wieder. Das ist eine Tatsache. Ich gehe nochmal runter. Hui. Jawohl. Schäl angehauen, so ist super. So gehört sich das. Ich habe gerade extra keine Ahnung, was das hier gerade soll. Nochmal zurückklettern, wird ja also zurückgehen mit Nautilus, das wird ja auch ein Schwachsinn sein, oder? Dass sich da bei dem Schalter gar nichts tut. Null. Zieh dich mal 20 Mal, vielleicht tut sich dann was. Ich hasse diese Verliese, ich hasse sie. Ich habe die schon immer gehasst. Dass man da einfach mit, dass man einfach schnell sein muss, das glaube ich auch nicht. Na, würdest du kommen, du Nackerbatzel, geh rauf da. Das ist mir jetzt gerade echt ein Rätsel. Ah, lihopp. Ja, jetzt verlige ich da. Habe ich eh verdient. Ich denke, von der anderen Seite wird es klappen müssen, ich habe keine Ahnung. Ich lade das jetzt mal. Keine, kein Schimmer. Ich gehe nochmal zurück. Nautilus, Geschichten haben wir eh genug. Da gab es ja noch einen zweiten Weg, also pfuff, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Ich lasse mich nochmal runter purzeln, absichtlich. Ich werde nochmal den Schalter hier aktivieren, von mir aus. Und dann, ja. So. Dann gehen wir halt wieder zurück. Hilft dir ja nichts. Würdest du aufhören zum Stecken bleiben? Hm. Ich habe keine Ahnung. Das ist gerade hoch mit dir. Ach, war doch schon normalerweise hoch. Ja eben, das dachte ich schon, das geht nicht mehr. So. Ich habe keine Ahnung. Ich krabbel da mal zurück. Vielleicht komme ich von der anderen Seite dorthin. Ich glaube, da gab es auch solche Möglichkeiten, solche komischen... Krabbel, 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 krabbel. La 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 la. Krabbel, krabbel, krabbel. Ja. Wie gesagt, keine Ahnung. Nicht, was war hier noch so ein komischer Durchgang. Hoffentlich war das alles jetzt nicht komplett für die Fisch. So. Schön vorsichtig wieder runter. Nicht, dass man es noch auf den Beinen oder so brechen. Na, schön mitmachen. Ruck, runter da und runter da. Da gab es noch irgendwo was Zweites. So. Das ist gerade echt voll komisch. Servus, Burschen. Dann ist hier nicht in Ordnung, wie mir scheint. Und wenn hier in Ordnung ist, dann stimmt da was nicht. Wie schaut es da drüben aus? Ah, ein Ghoul. Oh, ich habe vergessen, mich umzurüsten. Ich hoffe, dass... Ich hoffe... Hey, hallo. Siehe, macht er Eis. Ist ja klar. Wieso auch nicht? Aber erst hin. Und findest es wie die Nacht. So. Licht. Jetzt dachte ich, da wäre was. Da ist nix. Wie schaut es da drüben aus? La, 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 la. Hm. Geht es mal weiter? Oh mein Gott. Ein Skorpion. Schaffen wir den? Ich habe keine Ahnung, ob wir sowas schaffen. Probieren wir es mal, oder? Ja, ja. Du mich auch. Zweimal. Viermal? Aha. Alter. Saufig. Jawohl. Einfach Ruhe, Gewalt. Du willst mich stechen. Du bist wie... Au, au, au. Gesterben. Zweites Viech. Au. Geht ja. 200 Punkte kriegen wir da. Okay. Was ist das? Ein Skorpionstachel. Der Stachel eines Riesenskorpions. Wer hätte das gedacht? Und? Äh... Skorpionsschere. Eine fürchterliche Waffe. Ja. Sehr fürchterlich. Da geht's auch rauf. Kann man irgendwas essen? Wir haben zu wenig Tränke. Ich würde sagen, das Ragou. Hauen wir das mal rein. Sollen wir echt den Feuereintopf? Ja, futtern wir den halt weg. So. Ja, das passt. Jetzt sind wir wieder gesund. Schauen wir da mal kurz rauf. Hallo. Hallo. Hallöchen. Wow. Ja, ja. Ist schon gut. Alter, alter. Ist schon gut. Du mit... Kack. Eis. Ding. Trottel. Mistviech. Elendiges. Au. Ja, ja. Schon gut. Das habe ich gerade erst gegessen, du Mistviech. Und jetzt wegen dir bin ich schon wieder fertig gefahren. Was hat mir jetzt das ganze Essen gebracht, du Mistviech? Ist ja wahr. Mann, ey. Dann hauen wir halt die Kleinen noch nach hinten. Schlecht. Ich hätte einkaufen sollen. Vorher. Da war ich wieder zu ungestüm. Was haben wir da? Eine Minze. Was ist da unten? Aha, da ist nur das, äh, der Dingens gewesen. Der, der Skorpion. Mehr ist da nicht. Wegen einer Minze und einem Ghoul. Jo. Ist so. Da kann man, glaube ich, hoch, ne? Ruck. Ja, kann man. Ob das so schlau ist, äh, weiß ich gerade nicht. Nicht mehr. Au. Hey. Warte. So, kann man hier hoch? Ja. Ähm. Da ist nix. Okay. Das war eine Finte. Eine böse Finte. Das war es auch schon hier. Na gut. Halt. Langsam. Ja. Das ist ein Fels. Gut erkannt. Keine Ahnung. Und hier geht's da weiter. Mit einer Steinplatte und einer Mahlerpflanze. Und sonst nix. Hm. Schön. Ich fürchte, wir sind hier in einer weiteren Sackgasse gelandet. Ja. Schaut sie danach aus. Hm. Hm. Herr Inquisitor, ich glaube, ich habe... Ja, ich wollte sagen, ich habe ein Problem, aber das scheint dich nicht zu interessieren. Was mache ich denn jetzt? Ist der jetzt echt da drüben der einzige Weg? Also ich mache, wenn der dumme Schalter nicht funktioniert. Ich kriege die Falle nicht klein. Oder ausgeschalten. Es ist leicht ärgerlich, muss ich sagen. Was haben wir da hinten? Waren wir da auch schon? Ein schwerer Stockfinster. So. Licht. Da waren wir auch noch nicht, oder? Ah, toll. Ein Mahlerpilz. Mehr nicht. Ein Mahlerpilz. Ja. Äh, ich glaube, ich werde mich kurz mal in die Hauptstadt bohren. Ich werde mehr Tränke holen. Und wenn es auch passt, ein paar Verzauberungen. Wenn es sowas gibt. Irgendwo zum Kaufen. Das könnte jetzt etwas schwierig werden. Das könnte jetzt etwas schwierig werden. So, nichts wie raus hier. Passt. Und, eigentlich hätte ich mich gleich bohren können, ne? Ist ja wurscht. Äh, bohren. Banditen. Hafenstadt. Ich gehe mal shoppen. Das ist echt verzückt. Und zum Don werden wir uns dann noch vorher auch noch bohren, bevor wir wieder zum Inquisitor zurückkehren. Vielleicht kriegen wir noch eine bessere Rüstung. Glaube ich nicht so schnell. Ich glaube nicht so schnell. Bam, 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 bam. Das ist echt verzwickt. Das erinnert mich wirklich an solche, ich meine, ja gut, die Rätsel bei Goffi waren auch schon schwer für die damaligen Verhältnisse. Ich brauche Tränke. Bitte. Aber, jo. Wir haben genug Geld. Ich glaube nicht. Wie teuer ist das? Okay. Okay. Äh, beenden. Ich will selber braun. Schau mal, was wir zusammen bekommen. Der da. Ja. Zweimal nur. Ist aber nicht viel. Warum? Mal schauen, was dann fehlt. Fertig. Fertig. Es fehlt der Wein. Und Alchemie Stufe 3, dann können wir den Großen machen. Schnucki, ich will lernen. Ach so, der Kammi nichts mehr beibringen. Oh, wie schlecht. Ich brauche Tränke. Und Wein. Viel Wein. Kann man da nochmal 12 machen. Naja, wenn er uns die nicht beibringen will, kaufe ich die eben auch. Dafür kriegt er hier ein bisschen Ramsch. Das kriegen wir schon zusammen. Ja, was denn sonst noch? Von dem noch ein bisschen was. Was würde denn das machen, wenn wir alles nehmen? Das kostet, ja. Wir können aber die Echsen-Schwerter, ich würde sagen, bis auf eines, nehmen wir mal die 40. Das ist ja viel wert. Ja. Sehr viel wert ist das. Ich würde sagen, das Graf-Röder, können wir so alle hergeben. Schädelspalter. Auch sehr schön. Die geben wir auch immer alle her. Die auch. Ja, die können wir auch hergeben. Die auch. Die auch. Ja. Natürlich. Ja. 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 Vorschlaghammer kann er auch haben. Holzfäller-Axt kann er auch alle drei. Vier, fünf haben. Den Bogen lass ich mal. Was haben wir hier noch? Da haben wir ganz viele alte Schilder. Schilder. Schilde. Das ist auch ein alter Schild. Ähm, Bärlenketten. Das braucht ihr keine Sau, oder? Wir haben keine Freundin, somit braucht ihr das auch nicht. Denn diesen Ring aber schon. Haben wir hier noch irgendwas, das er brauchen könnte? Eine Schaufel vielleicht? Ach ja. Hm. Hier vielleicht noch ein paar Zähne. Ich lass vielleicht neun zurück. So. Die kann er haben. Flügel. Da. Flügel, Staub. Ich lass sieben zurück. So. Bitteschön. Knochen. So. So. Äh. Kerzenleuchter. Ich geb ihm doch, ich geb ihm gleich alles, oder? Das braucht doch hoffentlich keine Sau. Oder? Gibt's einen Hehler? Gibt's einen Hehler? Ich weiß gar nicht, ob's einen Hehler hier gibt. Ich glaub nicht, oder? Was war er unten schnell? Dieser Don Esteban-Typ. Ich glaub nicht, oder? Wenn, dann hab ich's vergessen, dann tut's mir leid. Warte, ich behalte's dann vielleicht doch noch. Aber ich glaub nicht, dass man, dass da uns wer was abnimmt. Da geb ich ihm auch 20. Hier kann er auch was haben. So. Ähm. Was hält man noch im Angebot? Ja, ganz kombiniert hinabild. Was muss ich, glaub ich, zahlen? Ja. Haben wir hier noch was? Ein Graffel, was ich übersehen hätte? Nein. Lass mal so. Dummer Handel. Jo. Und tschüss. Ende. Ich mach noch schnell ein paar Tränke. Alle zwölf, bitte. Ja. So. Dann haben wir mal fürs Erste genug. Dann können wir saufen, bis wir umfallen. So. Dann können die Gulen schon kummern. Sieht gut aus. Passt dann noch schnell zu Don Esteban. ins Banditenlager. Ja. So. Boah, es ist so dunkel hier. Hallo, wo sind wir da? Ich glaub... Äh, was? Äh, wo? Ach, da sind wir. Okay. Käme ich schon raus. Äh, schlafen gehen wir auch nicht schlecht. Dann ist es ein bisschen heller vielleicht. Nur ganz kurz. So, gutes Nächtle. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Jo. So, ja. Schließlich müssen wir ihm ja die gute Nachricht noch überbringen, dass ihm die Hafenstadt jetzt wieder gehört. Vielleicht hat er eine Belohnung für uns. Ich hoffe, wir haben das Beste. Hallo, Chef. Wir haben das Goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Wir haben das Goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Und? Habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schon gebannt? Wir arbeiten noch daran. Gut. Und weiter? Was ist jetzt mit meiner Hafenstadt? Wird der Inquisitor sie endlich aufgeben und seine Ordenskrieger zurückpfeifen? Mendoza ist noch im Tempel und hat ganz andere Sorgen als die Hafenstadt. Hm. In Ordnung. Dann wirst du jetzt in die Hafenstadt gehen und mit dem Möchtegern Kommandanten der Stadt sprechen. Super. Geh zu Carlos und mach ihm klar, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst wird er die Konsequenzen tragen müssen. Meine Geduld ist bald am Ende. Sag ihm das. Okay. Ich glaube, wir hauen hier lieber schnell ab. Super, jetzt muss ich wieder dorthin. Entschuldigung. Aber wir stehen, wir werden ja quasi vor seiner Haustür hingebordet. Von dem her ist es ja nicht so tragisch. Servus, ich muss da rein. Kalios. Carlos, ich muss mit dir quatschen. Wo bist du denn? Ist wahrscheinlich wieder oben im zweiten Stock. Äh, ersten Stock, Entschuldigung. Und zwar da, ne? Hier. Carlos schleicht. Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Ich habe ihn umgebracht. Was? Nein. Deine Aufgabe hier in der Stadt ist erledigt. Hast du noch was für mich zu tun? Na, ist erledigt. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort fahren lassen. Warte hier. Passt. Für die... So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Ja, für deine Abreise. Was? Abgebrochen? Oh, oh. So viel? Ups. So viele Quests abgebrochen. Das ist auch nicht so klasse, oder? Das sind fünf Quests, die was jetzt weg sind. Sollen wir es nochmal laden? Dann muss ich nochmal einkaufen gehen, oder? Oh mein Gott. Aber die Truhe von Jack, die werde ich ihm sowieso nicht öffnen. Die werde ich ihm nicht schibitzen. Die Quest wird sowieso fehlschlagen. Aber diese Golddinger... Ich darf in das Gebäude nicht rein, aber später schon. Warte mal. Ich probiere jetzt mal was. So. Gut. Wir sind da. Jetzt ist die Frage. Wann sind wir da? Als wir hier schnell gereist sind. Ich schau mal kurz. Ich hoffe. Okay, ja. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Wir geben aber die Quests nicht ab. Und habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schubt? Das war bla 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 bla. So. Das einmal. Wir werden aber die Dings noch nicht abgeben, da wir noch ein paar Quests zum Erfüllen haben. So. Ich bin da echt überfragt bei dem einen Raum. Nochmal zurück. Hast du, mein Guter, hast du zufälligerweise ein paar... Noch ein paar Spruchrollen für mich? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich, ne? Wenn du so weitermachst, wirst du alle noch überträumt für Kämpfer. Jo, danke. Zeig mir deine Ware. Oh, oder bring mir Alchemie bei. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Stufe 3 wäre sauber. 500 koste ich. Ja, was soll man machen? Ich möchte mein Wissen über die Alchemie vertiefen. Ich zeige dir, wie du Tränke destillierst. Und was habe ich davon? Ein Destillat ist viel reiner als ein einfach gefilterter Trank. Es enthält keinerlei Fremdstoffe, die die Wirkung abschwächen. Viele Tränke, die deine Eigenschaften permanent ändern, erfordern die Destillation. Okay. Danke. Äh, kannst du mir was beibringen? Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Nur mein Mana, ne? Ja, ja. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hast du Zaubersprüche, Lenz? Ich hätte da gerne etwas ganz Bestimmtes. Die da. Das sind 700 dann, ne? Mhm. Mhm. Wir können ihm die Mana-Tränke verkaufen. Ich brauche keinen einzigen Mana-Trank. Ich bin kein Zauberer. Aber den behalte ich schon. Obwohl der echt was wert wäre. 200 war. Scheiß der Hund drauf, echt. Aber dann trinke ich ihn nicht mehr. Ne? Dann trinke ich ihn nicht mehr. Ist eh klar. So. Ja, ist eh wurscht. Weißt du was? Er soll die Kerzendinger da haben. Ist mir wurscht. Ob es jetzt eine Ware wäre zum Dealen oder so. Wertvolles Artefakt. Das hauen wir nicht weg. Und Pokal noch. Und. Ja, die behalte ich lieber noch. Vielleicht gibt es da so einen Sammler wieder. Bei sowas sollte ich vorsichtig sein. Äh. Passt. Handeln. Jupp. Vielleicht noch ein bisschen Wein. Dann können wir noch beenden. Vierté. Dann können wir noch probieren, ob wir. Yes. Noch ein paar große Tränke für uns noch herstellen können. Machen wir gleich. Gluck, 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 gluck. Gluck, 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 gluck. Gute Arbeit. Ja, gibt es noch irgendwas für uns? Nur Geschicklichkeit, Stärke plus 5. Da brauche ich Fläschchen. Lebensenergie. Ganz ehrlich. Das will ich haben. Das will ich brauen. Was brauchen wir da? Warte. Heldenkrone. Ogrewurzel. Was brauchen wir da? Heldenkrone. Aha. Da muss ich aufpassen. Pilzwein. Wein. Ogrewurzel. Die Heldenkrone ist ein Problem. Die Heldenkrone ist ein Problem. Kannst du mir mal auch welche verkaufen? Vielleicht hat er die sogar. Nein. Das wäre zu einfach, ne? Aber hast du noch ein paar Fläschchen? Irgendwo, da hat er noch welche. Die nehmen wir mit. 80, so viel? Nein, wir brauchen nie im Leben 80, oder? Brauchen wir 80? Wenn wir da jetzt 20 nehmen, reicht es auch, oder? So, nehmen wir 20. Okay. Jo, das nehmen wir noch. Alles gut. Beenden. Ende. Ende im Gelände. Wir haben eh zur Not oben in der Vulkanfestung eh noch einen Alchemie-Tisch. Für den Fall der Fälle, dass es echt knapp werden sollte. Ich hoffe nicht. Boah, ich hoffe, wir sind gut ausgerüstet. Wie kann das, wie könnte das funktionieren? Ich bin da echt stark am überlegen. Wie zum Teufel könnte das gehen? Der eine Raum macht mich wahnsinnig. Der macht mich echt wahnsinnig. Ist vielleicht der Schalter Bucky? Der sollte doch eigentlich, solche Schalter, solche Schalter sollten eigentlich die Fallen entschärfen. Und auf der anderen Seite war kein Schalter. Kann ich da runter, ohne dass ich sterbe? Ja. So. Jetzt haben wir genügend rein. Mit dem kommen wir jetzt eine Zeit lang über die Runden. Nichtsdestotrotz ist das echt Kacka. Ja, das ist Kacka. Das geht tatsächlich da drüben weiter. Upsa. Automatisch gespeichert. Ach herrje, wenn ich nur nicht so vergesslich wäre. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das damals geschafft habe. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel. Ah, ich hab. So. Dann eben noch einmal da durch. Vier Stück haben wir noch von der Verwandlung. Kutsch, 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 kutsch. Es muss da weitergehen. Das gibt es halt anders. Das geht nicht anders. Es muss hier des Rätsels Lösung sein. Da ist doch hoffentlich in Ordnung. Wahrscheinlich verdure ich mich schon wieder die ganze Zeit. Das könnte leicht sein. Es gab zum Glück eh einen automatischen Speicher. Ja, und wie gesagt. Wir brauchen Licht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, nass. Ich habe keine Ahnung. Du Kackring. Du Kackring. Du Kack, Kackring. Da ist aber echt nirgendwo was, oder? Noch zufälligerweise ein zweiter. Na. Mit dem einen müssen wir klarkommen. Es ist nix. Es ist hier. Es ist hier auch nix. Nö. Nein. Ist einfach natt. Ist natt. Nein, ist nicht. Und hier auf der Seite. Nö. Da noch was. Nö. Check. 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 Wand. Check. Das ist unglaublich. Horuck. Na komm hoch mit dir. So. Das ist echt. Das ist mir echt ein Rätsel. Ich habe mir damals echt eingebildet, dass das hingehauen hätte. 30 Jahre später. Habe ich immer noch keine Ahnung. Das ist einfach so. Alli hopp. So was gibt echt. Das hilft halt nix, ne? Du bist ne Falle. Ja. Hm. Kann man sich hier drüber schummeln? Ich probiere mal was. Ich probiere jetzt mal ein paar Sachen aus, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ein. Was ich noch gar nicht geschaut habe, ob sie vielleicht einen Zugang für eine Nautilust gibt. Aber es schaut nicht so wirklich aus. Was hätten wir denn so im Angebot? Hm. Wir könnten der Falle einen Witz erzählen. Ich glaube, das wird nix helfen. Wieso tue ich eigentlich so blöd? Ich cheat einfach. So. Warum nicht gleich so? Ich cheat einfach und fertig. Fackel. Ah. Nicht wegschmeißen. Hallo. Nehm die Fackel. Nehm die Fackel. Das wird eine Falletür. Oder? Falletür. Falletür. Bitte was? Was war das gerade? Was hat denn da gerade gebrüllt? Ich finde es gerade gar nicht super. Da unten grunzt irgendwas. Ich lad gleich wieder. Ich hau ab. Was bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zieh deine Waffe. Ah, das ist kein Wurm. Das ist ein Rindviech. Entschuldigung. Das hat zuerst ausgeschaut wie so ein Rind... Au. Au. Darf ich da auch mal zuhauen? Irgendwie klappt das nicht so, wie ich das gerade will. Au. 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 Ich will da weg. Kommst du da rauf? Ich hoffe nicht. Ich kann schon was saufen, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Ja, ja. Da kannst du probieren. Au. 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 Was ist denn das für aggressives Mistviech? Das stimmt ja was, ne? Soll ich da was saufen? Welchen Schmier hatten die denn bloß? Oh. Super. Aha. Nichts erwischt. Haha. Jawohl. Ich cheater einfach. Das ist mir jetzt leicht wurscht. Ja, so muss man kämpfen. Auf dem Tisch. Sieh ja. Runter da. Au. Au. Ich sagte runter vom Tisch. Du kommst dir maximal als Braten hin. Na, komm her. Na, komm. Gut, 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 gut. Wie die sich da auch hochglitschen können, ne? Nix da. Nix, 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 nix. Haha. Hat nicht hingehauen. Au. Ja, hey. Das kann man laut sagen, hey. Kann ich nochmal trinken, was? Ey. Ey und hey. So. Komm nachher, du Rentviech. Mit besonderer Panzerung. Hallo. Kuckuck. 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 Hochhüpfen, hochhüpfen, hochhüpfen. Hüpfen. Kuckuck. Ach du Depp. Das heißt auf dem Tisch. Kuckuck. Er geht ja. Na. Au, au, au. 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 Ja. Ja sicher. Ja sicher. Na freilich. Sag mal was. Au. So, rauf da nochmal. Oh. Au. Das ist ja nicht normal. Was sind das für Viech? Was kriegst denn du für Kraftfutter, hä? Voll verpackt. Ah, ah, ah. Au. Fuh. Sag. Jawohl. Oder? Kann das blocken? Willst du jetzt bald einmal hin? Alter. Jawohl. Erstes mal erledigt. Wah. Hüpf rauf da. Hüpf rauf. Ach komm. Hupf in Gatsch. Machst halt so hin. Geht ja. Was sind denn das für getobte Viecher? Um Gottes Willen. Unfassbar. So. Sind wir jetzt da hier und so fertig? So. Facki. Licht ins Dunkel. Speichern. Gott sei Dank war der Tisch da. Der hat mir gerade das Leben gerettet. Gute Handwerkskunst. Gut. Da ist alles verschüttet. Da geht nichts weiter. Schalter versteckt. Loch versteckt. Nein. Nichts versteckt. Dann gehen wir halt die Treppen hoch. Schluck. Ein Echsen von der Mensch. Einer ist gut gesagt. Da sind zwei. Und zwar von der starken Sorte. Das ist nicht schön. Ja, ja. Ich sag ja, wenn der mich einmal trifft, ne. Bin ich schon so gut wie hin. Schau mir meine Leben an. Ich kann schon wieder was saufen. Ich versteck mich mal da. So. Na toll. Wolfi hat sich verschossen. So. Stirbt neben mir. Und ich kann nichts helfen. So. Atme. Atme. Bleib bei mir. Geh nicht ins Licht. Alter. Ihr Scheißviecher. Das ist ja unglaublich, wie stark die sind. Unfassbar stark. Bist du gescheitert. Ja, das geht's nicht mehr aus. Ist klar, das Saufen kann sich nicht mehr ausgehen. Ähm. Neues Spiel. Ja. Ich mache jetzt sofort neues Spiel. Mir reicht's. Ähm. Hier. Sind wir da richtig? Ich hoffe. Bitte verpackt nicht. Bitte verpackt nicht. Bitte verpackt nicht. Ich trinke mal was. So. Bröstelchen. Auf euch. So. Ich bin jetzt mal ganz gesund. Das erklärt so einiges. Ich meine, ich bin selten gesund im Kopf, aber was? Äh, ich meine. So, die kann man, da kann man nachrücken. Äh, ich habe keine Ahnung. Können wir da Klingenschaden, habe ich sogar drinnen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das alles so gut ist. Hallo. Bitte nur einer. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er kommt schon. Lick sie weg. Mami, hilf mir. Wah. Und es sind wieder zwei. Natürlich sind sie zu zweit. Jawohl. Einmal erwischt. Jawohl. Zwei am erwischt. Zwei am erwischt. Ich habe keinen Schaden. Ja. 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 Oh mein Gott. Würdest du bitte blocken mit Schild? Du Depp. Au. Das heißt blocken. Jawohl. Zweimal getroffen. Schön langsam. Und geschmeidig. Dann kriegen wir die Schien wie klein. So, nächste Woche Samstag oder so geht es auch weiter. Jetzt brauchen wir drei Stunden für die zwei. Puh. Jawohl. Jawohl. Nichts getroffen. Sehr schön. Ja. Wow. Getroffen war es. Wahnsinn. Jawohl. Jawohl. Das erinnert mich gerade irgendwie an die Ork-Krieger von Dauras, ey. Von, 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 äh, Gothic. Ach, alter Schwere. Da habe ich mich auch abgeplagt. Bist du gescheit? Na. Du Kratler. Fuh. Oh. Fuh. Na. Er trinkt net. Trink. Also, falsche Taste. Ich bin ein Trottel. Trink. Na. Jawohl. Hat getrunken. Sehr brav. Das war knapp. Raus da mit dir. Alle beide. Das ist mein Raum. Da. Alter. Du Kratler. Ja. Sag ich auch. What the fuck. Du Schwein. Na, ich weiß, es ist eine Exe, aber trotzdem, momentan ist es ein Schwein. So. Zweimal. Nix da. Komm da her, du Kratler. Boah, das dauert. Ja. Ja. Ich bin bestimmt falsch hier. Vier. Du viermal? Oh, du armer Tropf. Boah. Ich riskiere schon wieder zu viel. Ich habe eine dicke Lippe. Langsam. Drei. Viermal. Der war angetäuscht, du Schwein. Du Echse. So. Jawohl. Jawohl. Zweimal. Wenn der eine schon mal weg ist, ist es schon mal angenehmer. Jawohl. Ah, den hinteren erwischt. Lustig. Komm her, du Schweinskerl. Da kommt der Zweite. Nein. Trinken. Puh, das war knapp. Du Saukerl, du Elendiger. Alter, 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 alter. Wieso, visierst du den an, du Idiot? Den sollst du nicht anvisieren. Jawohl, der ist das hin. Langsam, 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 langsam. So, schon bereit machen. Schlag nur zu, du Arschloch. Trinken. Wunder damit. Ohne den Trank. Alter, würde ich schwarz sehen. So, jetzt bin ich dran. Boah, du Kerl. Du Schäbiger. Fünfe. Sechse, achte. Wie viel denn noch, du Mistviech? So, jetzt ist er Ruhe. Aus und Ende. So. Ey. Anstrengend. Aber nur leicht. Speichern. Bist du gescheit. Na. Also, hoffentlich lohnt sich das für uns. Abgesehen von den ganzen Erfahrungspunkten. Oh. So. Eine Winde. Oho. Da haben wir eine Winde. Schauen wir mal, was die bringt. Hm. Irgendwie nicht viel. Steinplatte. Nehmen wir gerne mit. Hallo. Da unten. Tut sich was? Nein. Doch nicht. Okay. Dann müssen wir weiter. Jetzt hatte ich schon gehofft, dass sich hier was tun tut. Aber nichts tut sich da. Behofflich ist da keine Falle. Ein Schalter. Ob das so gesund ist, was ich da jetzt mache? Freund oder Feind? Da ist momentan niemand, bis auf eine Falltür wieder, die sich nicht öffnen will, wenn ich da runter schauen möchte mal. Angriffe. Angriffe. Welche Angriffe? Irgendwas ist schon wieder. Irgendetwas ist schon wieder. Geht da ein Schalter. Schalter. Nein, nix. Ah. Da ist wieder eine Falle. Mist, ich will aber nicht, dass da eine Falle ist. Schalter. Nix Schalter. Das heißt, runter. Prost. Äh. Momentchen. Wie spät haben wir es denn schon? Nein. 20. 23. 20. 23. Okay. In circa sieben Minuten werde ich die Aufnahme für YouTube beenden. Ich will da nicht oben. Ich will da nicht oben. Holdecker. Ah, das ist nur da? Aha. Aha. Okay, dann habe ich nichts gesagt. So. Dann gehen wir wieder cheaten. Du cheatest. Ja, und das ohne, ohne ein Code oder so? Ja. Ich cheate. Ich, ich, ich wüsste nicht, wie es anders, halt da. Ich wüsste nicht mal, wie es anders gehen soll. La. Oh, oh, oh. Puh, geht sich aus. Sauber. Ach so, jetzt sind wir da wieder zurück, oder was? Oh. 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 Ach so. Äh, der Raum. Der Raum. Warte mal. Laden. Bitte kein Ladepack. Bitte keinen Ladepack. Ich brühe noch was. Warte mal kurz. Ich hab dich lieb. Ich schwöre. Ich hab dich lieb. Immer gut zudehen. Ja. Passt. Warte, ich will noch was schauen. Wo bin ich jetzt? Genau, der Schalter. Gut. Ich aktiviere nochmal die Winde und schaue, ob ich beim Fenster runterhüpfen kann, ohne dass ich mir gleich das Genick breche. Oder es geht vielleicht gar nicht, dass ich so runter kann, schrägstich darf. Die Winde habe ich schon betätigt. Okay, da sind wir. Okay. Ich käme mich schon raus. Okay. Komme ich da lebend runter? Wir haben eh gespeichert. Heureka, Heureka. Jawohl, geht. So, meine Herren. Herr Inquisitor. Da schau mal, was ich zusammengebracht habe. Boah. Ich hab eine Winde gefunden. Ich hab eine Winde gefunden. Der schaut so unheimlich aus, so. Das Tor ist immer noch verschlossen. Vielleicht gibt es noch eine weitere Winde. Ich habe Rufus bereits nach Süden geschickt. Folge ihm. Vielleicht braucht er Hilfe. Wo ist jetzt Süden? Da lang? Moment. War das vorher auch schon da? Nö, oder? Das hat sich erst geöffnet. Was? Wo kommt der Felsen jetzt her? Hat er das jetzt automatisch gespeichert? Mein Tod? Ich brauche Licht. Warum kommt der Felsen da jetzt runter? Was soll das bitte? Wie soll ich da jetzt durch? Durch sprinten? Oder gibt es da vielleicht noch einen anderen Weg? Hier rauf wohl eher nicht, ne? Und hier rüber, also da drüben waren wir ja schon. Vielleicht geht es ja jetzt doch hier weiter. Aber hier war ja dieser Skorpion. Irgendwas kummelt da schon wieder so schief. Ich glaube, ich habe es glaube ich schon gesehen. Ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Ach ja. Ach ja. Hier rüber. Mit einem Hüpfelchen wird es wahrscheinlich nicht hinhauen. Ich fürchte, dass wir wieder schweben müssen. Oh, warte, Entschuldigung. Ich werde es natürlich versuchen, aber ich glaube, das wird so nichts. Geronimo! Na, geht es nicht aus. Ich habe nur gespeichert für den Fall, dass ich mir das Genick breche. Wo gehe ich denn hin? Ich steppe. Entschuldigung. Entschuldigung. Da lang. So. Da müssen wir rüber schweben. Hoffentlich habe ich jetzt noch was zum Levitieren. Ich glaube schon. Ich glaube, das müsste noch reichen. Ein, zweimal. Da. Vier haben wir noch. Oh, das geht so gut aus. La. Ra. Na. Ich bleibe hängen. Boah, ist der Ausgang. Oh mein Gott. O. M.G. Er kommt noch nicht her. Er kommt noch nicht her. Trinken. Speichern. Äh, hierhin. Ist gut. Äh. Hallo, die Herren. Oh mein Gott. Es sind drei. Oh mein Gott. Es sind drei. Ja. Sauber. Au weh. Ja, es sind vier. Habe ich drei gesagt. Es sind natürlich vier. Ja. Es sind natürlich vier. Ja. Ja. 20.30 Uhr ist. Ja. Gut. Ähm. Dann zum Wetter. Mami. Bist du da? Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Alter Schwede. Wie soll ich denn das vier besiegen können? Mit was denn? Hat man das Magie, hat man es dann schon leichter, ne? Wenn man... Servus. Servus. Oh mein Gott. Ja, sicher. Passt. Dann machen wir kurz ne... Dann machen wir ne kurze Aufnahmepause. Ah. Ich liebe YouTube, Leute. So. Ich lad das nochmal neu. Wie gehen wir das an? Wie gehen wir denn das an? Warte kurz. Sieh, geht am Jan. Du Sau. Ich lass mich mal runterpurzeln. Hoffentlich hüpfte ich jetzt nicht nach. Und bin ich hin. Na? Schaut okay aus. Ähm. Wir machen Aufnahmepause. Nur ganz kurz. Also. Nicht weglaufen. Ich tu nur schnell ausschalten. Neu einschalten. Also gut, ihr lieben YouTube, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und meine Fels ertragen wollt. Und wir hören und sehen uns gleich wieder. Tschüssi.